Im letzten Video haben wir sogenannte Turtle-Grafiken kennengelernt. Eine Möglichkeit, Grafiken am Computer zu beschreiben. Jetzt wollen wir uns sozusagen das Gegenteil anschauen, sogenannte Koordinaten-Grafiken. Wir haben schon festgestellt, Turtle-Grafiken sind nicht der letzte Schrei in der Industrie. Vereinzelt macht das sicherlich noch Sinn, aber heute geht man eben andere Wege. Inzwischen stellen Koordinaten-Grafiken somit eigentlich den Standard dar. Im Unterschied zu Turtle-Grafiken wird hier, wie wir das im letzten Video schon kurz angesprochen haben, durch ein Koordinaten-System im Hintergrund die einzelnen Punkte beschrieben. Und so werden zum Beispiel Strecken zwischen einzelnen Objekten gezeichnet. Im Unterschied zu Turtle-Grafiken wird bei Koordinaten-Grafiken absolut adressiert. Das heißt, unabhängig von irgendeinem Ausgangsobjekt oder einer Ausgangsposition. Bei Turtle-Grafiken, wenn Sie sich erinnern, war das anders. Dort wurde relativ adressiert. Das heißt, in Relation zur Ausgangsposition dieser Schildkröte. In Scratch ist prinzipiell beides möglich. Auch wenn mit dem Koordinatensystem, das da unter der Haube, unter der Bühne sozusagen schon drunter steckt, eigentlich die Koordinaten-Grafiken einen kleinen Vorteil haben. Über einer Bühne in Scratch liegt also in der Regel so ein unsichtbares Koordinatensystem mit Ursprung in der Bühnenmitte. Wir hatten das letzte Mal schon kurz darüber gesprochen. Das können Sie sichtbar machen. Und zwar, wenn Sie den Standard-Hintergrund XY-Grid als Bühnenbild einstellen. Und hier gehen dann eben die X-Reichweiten von minus 240 bis plus 240 und in Y-Richtung gehen die Pixel von minus 180 bis 180. Der Ursprung ist, wie gesagt, genau in der Mitte da, wo ich hier in der Abbildung das kleine Maskottchen positioniert habe. Wir wollen uns Koordinatengrafiken in Scratch ein bisschen genauer anschauen. Auch hier lässt sich wieder zusammen mit den Stiftwerkzeugen ein nettes Basteln, die wir ja schon aus dem letzten Video kennen. Als Grundwerkzeug brauchen wir außerdem die Gehe-zu-Funktion. Die finden Sie im blauen Bereich und dort können Sie, wenn dieser Baustein für eine bestimmte Figur hinterlegt ist, angeben, dass Sie eben genau zu diesen Positionen gehen sollen. In diesem Fall der Ursprung 0,0 oder auch irgendeine andere Koordinate im Koordinatensystem, wie Sie das aus der Mathematik kennen. Die erste Koordinate ist immer die X-Koordinate, das heißt das Horizontale. Das andere ist das Vertikale, die Y-Koordinate. Ich habe hier ein kleines Beispielprogramm für Sie mal erstellt. Da haben Sie jetzt direkt auch den Link zum Anklicken. Und schauen Sie doch mal, was das Programm treibt. So sieht der Code aus, der hier hinterlegt ist. Und wenn man das Programm auswählt, hat man plötzlich fünf Mäuse nach ein paar Sekunden auf der Bühne sitzen. Das liegt einfach daran, wenn die grüne Flagge geklickt wird, geht es los. Ich habe damit nicht alles sofort auf einmal passiert. Überall noch diese Wartebausteine von einer Sekunde eingebaut. Lösche am Anfang einmal alles, damit wieder gereinigt wird, falls das Programm mehrmals ausgeführt wird. Und dann nehme ich meine Maus, die als Figur hinterlegt ist und gehe zu X, 150 und 0. Das wird also genau diese Maus hier sein. Hinterlasse den Abdruck. Stempel also einmal kurz mit der Figur. Warte wieder eine Sekunde. Gehe zu 0 und 150. Dann bin ich bei der Maus hier oben. Mach wieder das Gleiche. Hinterlasse also einen Abdruck. Warte eine Sekunde. Gehe zu minus 150 und 0. Ist also genau diese Maus hier. Hinterlasse wieder den Abdruck. Warte eine Sekunde. Und letzten Endes zu 0 und minus 150. Dann bin ich bei der Maus hier unten. Wir sehen, die Maus ist mit diesem Punkt, wo ich hingehe, genau immer mit der Mitte des Körpers sozusagen da. Das heißt, die Mitte der Figur wird auf die Position gesetzt, die sie hier eintragen, wenn sie diesen blauen Gehe zu XY Position Block benutzen. Und schlussendlich setze ich die Maus in die Startposition an den Ursprung und hinterlasse auch nochmal einen Abdruck. Das ist eine nette kleine Spielerei, mit der Sie gerne einmal selber experimentieren können. An dieser Stelle will ich aber im nächsten Schritt noch ein kleines bisschen mathematischer werden. Und schlage jetzt einmal folgendes vor. Wir können noch einmal versuchen, einen Funktionenplotter in Scratch zu programmieren. Natürlich gibt es da schon tolle Programme wie TI Inspire oder hier abgebildet GeoGebra, wo Sie einen beliebigen Funktionsterm wie hier f von x gleich x² eingeben können. Und Sie sehen direkt, wie diese Funktion eigentlich aussieht. Das kennen Sie alle schon. Aber wie lässt sich denn sowas vielleicht auch in Scratch realisieren? Und hierfür sind Koordinatengrafiken gerade wie geschaffen. Wenn wir damit anfangen, müssen wir zunächst einmal irgendwie die Funktion selbst implementieren. Da gibt es eine praktische Funktion und zwar gibt es den Bestandteil in Scratch, der heißt eigener Block. Da die Auswertung des Funktionsterms immer wieder benötigt wird, erstellen wir einen eigenen Block. Und immer da, wo ich diesen eigenen Block in meinem Code nachher einbaue, ist sozusagen der in diesem eigenen Block hinterlegte Code wiederum selber abgebildet. Das heißt, ich kann sozusagen Teile des Codes, die sich immer wiederholen, ausschachteln, in so eine Schachtel legen und immer wieder per Kommando darauf zugreifen. Das macht das Ganze übersichtlicher und auch einfacher zu warten, wenn ich die Funktion, also die mathematische Funktion, die ich gleich mit so einem eigenen Block bauen möchte, immer mal wieder austauschen möchte. Sie finden den eigenen Block, indem Sie links bei den ganzen Code-Bausteinen auf Meine Blöcke klicken. Dann können Sie einen neuen Block hinzufügen und klicken auf Neuer Block. Das Ganze sieht dann so aus und dort können Sie einen Namen eintragen, der mit diesem neuen Block assoziiert ist. Da ich möchte, dass dieser neue Block eine mathematische Funktion gleich repräsentiert, die ich im Folgenden versuchen werde zu plotten in Scratch, nenne ich das ganze Teil Funktion. Dann haben Sie hier so ein Button Eingabefeld hinzufügen, Zahl oder Text. Und da klicke ich drauf und füge ein X hinzu, weil typischerweise ist es F von X, Funktion von X und X wird gleich das Argument sein. Das können Sie sich also wie diese Funktion Heron von A, die wir ganz am Anfang hatten, in dieser Art und Weise gekapselt vorstellen. Immer wenn ich dann Funktion von X aufrufe, soll das bedeuten, werte die Funktion an der Stelle X aus. Schlussendlich müssen wir noch mit OK bestätigen. Vermutlich wird das Ganze jetzt noch etwas deutlicher. Ich habe hier ein kleines Beispielprogramm gebaut und zeige Ihnen zunächst mal diesen eigenen Block. Weil wir etwas plotten wollen und mit Koordinatengrafiken arbeiten, bietet es sich an, hier wieder die Bühne so einzustellen, dass dieses Koordinatensystem im Hintergrund gut sichtbar wird. Wenn später alles funktioniert, kann man auch die Bühne wieder anpassen zu einem weißen Hintergrund oder zu irgendetwas anderem, je nachdem, was man dann haben möchte. Aber für die Entwicklungsarbeit, wenn man mit Koordinatengrafiken arbeitet, ist es ganz praktisch, zwischendurch diese Bühne als Hintergrundbild, also das XY-Grid einzublenden. Das Ganze sieht bei mir konkret so aus. Ich habe diesen eigenen Block Funktion genannt und das Argument X getauft. Und dann habe ich eigentlich nur diese drei Code-Bestandteile darunter gesetzt. Als allererstes wird, ich erkläre gleich genau warum, X auf X durch 100 gesetzt. Das heißt, der eingegebene Wert oder der übermittelte Wert von X, wenn diese Funktion aufgerufen wird, wird erstmal durch 100 geteilt. Gut, dann nehme ich eine neue Variable, die ich Return nenne. Das wird nachher der Rückgabewert werden. Die setze ich auf 2 mal dieses X. Und das ist die Stelle, wo die eigentliche Funktion eingesetzt wird. Also die Funktion, die ich mathematisch plotten möchte. Ich habe mir was sehr Einfaches überlegt. Ich will die gerade Y gleich 2X plotten. Und deswegen steht da 2 mal X. Also eine etwas steilere Winkelhalbierende. Und am Ende setze ich Return, den Rückgabewert, auf 100 mal Return. Ich teile also erst durch 100 und mache das nachher rückgängig, indem ich wieder mit 100 multipliziere. Warum, erkläre ich gleich. Lassen Sie sich hiervon nicht verwirren von diesem Ding. Sie können immer dann, wenn Sie sich nachher noch erinnern wollen, was Sie mit einem kleinen Code-Baustein eigentlich erreichen wollten oder machen wollten, rechts klicken auf einen Code-Baustein und einen Kommentar, eine Bemerkung einfügen. Und da einfach irgendetwas dran schreiben. Das ist ganz nett, wenn Sie mit Kommilitonen zusammenprogrammieren, damit andere ihren Code auch verstehen, was sie da machen wollten. Sie kommentieren den also sozusagen damit. Und das habe ich hier an dieser Stelle gemacht, um klarzumachen, genau an der Stelle muss man später was austauschen, wenn man zum Beispiel mal nicht mehr f von X gleich 2 mal X, sondern f von X gleich X Quadrat oder X hoch 3 oder was auch immer stattdessen plotten möchte. Gehen wir das Ganze nochmal kurz durch. Das rote X übergibt das Argument des eigenen Blocks an den zugehörigen Code. Man spricht hier von Argument. Und diese Variable X, die ist eigentlich unsere Variable in diesem Anwendungsfall, die man in der Funktion auswertet. Also f von 1, f von 2, f von 3, f von 0 oder was auch immer. Wir müssen die uns hier aber einmal in Pixeln denken, weil die ganzen Funktionen, mit denen ich später diesen Graphen zeichnen werde, denken bei Scratch in Pixeln. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir auf unserer Bühne eine Breite von minus 240 bis plus 240 haben. Und das ist typischerweise kein Bereich, in dem man sich Funktionen anguckt. Wenn Sie eine Funktion plotten, dann plotten Sie die nicht von X gleich minus 240 bis plus 240. Deswegen habe ich mir gedacht, baue ich das so, dass das nachher zu einer minus 2,4 bis plus 2,4 wird. Und ich diese Funktion genau in diesem ungefähr 5 Einheiten breiten Intervall, also von minus 2,4 bis plus 2,4, versuche zu plotten. Das bedingt jetzt gleich das Teilen durch 100. Ich gehe also davon aus, dass ich, wenn ich den Block Funktion aufrufe, einen Pixel oder einen Pixelwert auf der X-Achse übergeben kriege. Zum Beispiel, dass ich den Funktionswert an der Stelle 100 Pixel, an der Stelle 200 Pixel oder an der Stelle 240 Pixel aufrufen möchte. Damit ich damit aber richtig rechne, teile ich es durch 100, dann bin ich nämlich, wenn ich 240 reinkriege, bei 2,4, bei 100, bei 1, bei 200, bei 2 und so weiter. Also die Funktionsgrafen sollen in einer realistischen Auflösung dargestellt werden. Und wir wollen also bei 100 Pixeln mathematisch zum Beispiel den Wert 1 erzeugen. Dann rechnen wir und werten den Funktionsterm aus und müssen das Ganze nachher wieder rückgängig machen, damit der Return-Wert, der nachher rauskommt, auch wieder in Pixeln zu verstehen ist. Könnte man auch alles in eine Zeile bauen. Ich fand es jetzt so aber komfortabler. Also wir transformieren und retransformieren daher in der ersten und dritten Zeile dieses Blocks. Erst durch 100, dann mal 100. Und der eigentliche mittlere Teil, der spielt hier die Musik, der wertet nämlich die eigentliche Funktion aus. Hier also f von x gleich 2 mal x, die etwas steilere Winkelhalbierende. Dieser Block ist an und für sich nutzlos, wenn er nicht in ein Programm eingebaut wird, das sozusagen das Hauptprogramm darstellt, nämlich der Teil des Programms, wo es losgeht mit, wenn die grüne Flagge geklickt wird. Sonst weiß Scratch gar nicht, was er mit diesem Block machen soll. Also das Hauptprogramm, von wo aus der eigene Block aufgerufen wird, der sieht jetzt bei mir so aus. Ich habe das mal gescreenshottet. Hier sehen Sie wieder den Block von eben. Das kennen wir also jetzt schon. Und das ist das Hauptprogramm, wo es losgeht. Und wenn die grüne Flagge geklickt wird, dann passiert ganz viel in meinem kleinen Funktionenplotter, den ich gebaut habe. Und genau an dieser Stelle hier und an dieser Stelle wird die Funktion ausgewertet. Wir schauen uns das Ganze einmal im Detail an und ich zoome jetzt mal ran, nur auf dieses Hauptprogramm. Also immer wenn Funktionen von hhhhh aufgerufen wird, berechnet eben der eigene Block den transformierten Funktionswert an der Stelle, die als Argument übergeben wird, nochmal dran denken, das Argument, hier blau dargestellt, ist in Pixeln zu verstehen und speichert ihn in der Variable return. Das heißt immer dann, wenn wir Funktion auswählen, können wir nachher mit return auf den entsprechenden Funktionswert zugreifen. Das passiert da oben und aber auch hier und dann habe ich es wieder in return. Als Figur, für die dieser Code hinterlegt wird, habe ich mir passenderweise einen Stift ausgewählt. Das heißt, die Grafik eines Stiftes, sodass es nachher aussieht, als würde dieser Stift die Funktion auch wirklich in diesem Plotprogramm malen. Die Figur, die wird ganz zu Beginn initialisiert. Das sehen Sie da oben. und auf den obersten linken zu zeichnenden Punkt des Funktionsgrafen gesetzt. Das sehen wir genau hier. Wir fangen damit an. Ich möchte hier, damit noch ein bisschen Rand bleibt, nur von minus 2 bis plus 2 plotten. Minus 200 bis plus 200. Technisch wären jetzt minus 240 bis plus 240 denkbar. Das können Sie nachher mal ausprobieren, wenn Sie das Programm adaptieren und ein bisschen umbauen. Und man sieht, dass das ein paar unschöne Nebeneffekte hat. Deswegen habe ich es jetzt hier drauf gesetzt. Und dann nehme ich noch eine Variable dazu, die nenne ich Schrittweite. Ich will, dass jeder einzelne Pixel gezeichnet wird. Wenn Sie nachher möchten, dass das Plotten schneller geht, können Sie das auch ganz etwas gröber laufen lassen und mal die Schrittweite manipulieren auf 2, auf 5, auf 10 stellen, sodass quasi nur jeder zehnte Pixel konkret gesetzt wird. Auch da können Sie nachher mal erforschen, was das dann für Unterschiede macht. Ich initialisiere das Ganze und setze i, das ist meine Variable, mit der ich immer wieder auswerten will, auf das Intervall unter Strich a, also auf minus 200 hier in dem Fall zunächst mal. Und dann werte ich an dieser Stelle die Funktion aus. Und jetzt kommt das, was ich gerade mit initialisieren meinte. Ich nehme die Figur, in diesem Fall einen Stift, und setze sie zu der Koordinate x gleich i, das heißt minus 200, und dem Funktionswert, den ich an dieser Stelle haben muss, in dem die Funktion hier vorher ausgewertet wurde, in Form dieses eigenen Blocks. Jetzt ändere ich i um Schrittweite, das heißt, ich zähle, sofern hier 1 eingestellt ist, genau eine Einheit drauf. Das heißt, ich bin nicht mehr bei minus 200 mit i, sondern bei minus 199 und so weiter. Ich räume einmal auf und schalte den Stift ein. Also, falls das Programm schon mal lief, damit alles alter aufgeräumt wird, dann schalte ich den Stift ein, damit durchgängig gemalt wird. Und jetzt kommt der Kern des Programms, der Wiederhole-Bis-Block, durchläuft nun Schritt für Schritt den Funktionsgrafen mit eingeschaltetem Stift. Und ich gehe quasi, bis ich am rechten Rand des Intervalls bin, also solange, oder bis, wiederhole bis, i größer als der rechte Rand ist, ich also über den rechten Rand schon hinaus bin, solange, wiederhole ich, werte immer wieder die Funktion aus, gehe mit x, zeichnend, indem ich eine Linie ziehe sozusagen, zu i und dem Funktionswert, und ändere dann i wiederum die Schrittweite. Deswegen kann ich hiermit sozusagen die Auflösung, die Genauigkeiten, der ich den Funktionsgrafen darstelle, variieren. Und der Vollständigkeit halber schalte ich am Ende den Stift wieder aus, wenn ich mit allem durch bin. Sie können ja mal schauen, was hier passiert. In dem Programm, das Sie hier finden, und hier ist auch der Link, können Sie auch andere Funktionen einsetzen. Sie können einmal experimentieren, was passiert, wenn ich hier diese Werte ändere, zum Beispiel die Schrittweite, wie ich es gerade schon kurz angedeutet habe, aber auch Intervall A, Intervall B, und vor allem in dem eigenen Block die Funktion bitte einmal ändern. Versuchen Sie dort auch mal andere Funktionen einzubauen. Ich habe da schon so ein paar Artefakte rumliegen, sodass Sie die einfach nur reinschieben brauchen, zum Beispiel statt 2 mal x, die Funktion f von x gleich x², x³ oder vielleicht sogar die Betragsfunktion Betrag von x oder meinetwegen noch etwas anderes, zum Beispiel Cosinus oder Sinus. Das soll es soweit hier in diesem Video gewesen sein. Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Wir haben gesehen, Grafiken lassen sich als Turtle-Grafik oder Koordinaten-Grafik erzeugen. Die Turtle-Grafiken wurden schon im letzten Video behandelt. Erstere sind relativ adressiert, letztere absolut. Und hiermit, also mit den Koordinaten-Grafiken, lassen sich nette Spiele reinbauen, wie etwa hier ein Funktion-Plotter. Und auf einer technischen Ebene haben wir auch noch eigene Blöcke in Scratch kennengelernt, die wir natürlich jetzt nicht nur bei Koordinaten-Grafiken brauchen werden, sondern auch in anderen Anwendungskontexten. Und diese eigenen Blöcke sind gerade dann praktisch, wenn ein Teil des Codes immer wieder von verschiedenen Stellen des Hauptcodes aufgerufen werden soll. Das haben wir hier auch. Der wird an zwei verschiedenen Stellen aufgerufen. Und oder, wenn an einer Stelle des Codes häufige Änderungen zu erwarten sind. Auch das ist hier der Fall. Ja, so wie hier also, wenn möglicher Austausch des Funktionsterms auch mal vorliegen kann, dass man da eben nicht 2x, sondern x² oder x hoch 3 plotten möchte oder irgendeine andere Funktion. Bis zum nächsten Mal.